In der Aufstellung war der Schulkorps von der Schule St. Michaelsbergstraße dabei und wir haben uns damals mit dem OB Philipp verständigt darüber, dass die Burgstädter Heimatfreunde und auch die Schule gerne die Partnerschaft übernehmen möchten und ein bisschen auf die Sitzende aufpassen. Dann haben wir dann auch die Zustimmung bekommen und heute wird das jetzt zum ersten Mal gereinigt von der Schule und die Frau Buing, die Rektorin der Schule, hat das jetzt in den Schulplan aufgenommen, dass jeden Monat eine andere Klasse für die Reinigung zuständig ist.